Ja, dann begrüße ich Sie alle ganz herzlich zur ersten Pressekonferenz des HC Erlangen der neuen Saison 19-20. Auf dem Podium begrüße ich ganz herzlich unseren sportlichen Leiter Kevin Schmidt, unseren Cheftrainer Aderson Eoson und unseren Co-Kapitän Nikolai Link. Ja, wie immer geht die erste Frage an dich, Adli. Am Donnerstag ist es wieder soweit. Hinter euch liegt eine fünfwöchige Vorbereitungszeit. Kannst du uns kurz ein kleines Fazit zur Vorbereitung geben und vielleicht auch natürlich einen Ausblick auf das Heimspiegel am Donnerstag gegen den TVB Stuttgart? Ja, die Vorbereitung ist an sich sehr gut gelaufen. Wir sind ohne großartige Verletzungen durchgekommen. Die jungen Mannschaft hat von Anfang an sehr gut mitgezogen, sind sehr konzentriert und fokussiert zum Wäckige gegangen. Und wir sind auch tatsächlich sehr weit vorangekommen in den fünf Wochen. Natürlich mit Blick auf Stuttgart wollen wir jetzt wie immer in diesem ersten Spiel, dann müssen wir alle präsent sein. Wir müssen diesen Turnaround von Vorbereitungsmodus auf Wettkampfmodus jetzt schaffen. Gemeinsam, dass wir in diesem Spiel von Anfang an mit sehr viel Leidenschaft, viel Emotionen reinkommen, dass wir gleich von Anfang an zeigen, dass wir die Punkte unbedingt in Nürnberg halten wollen. Und einfach auch mit ein Stück Aggressivität gleich am Anfang mit reinkommen, sodass wir unsere Qualität, was Abwehr und Umstandsspiel zum Wäckige kommen lassen können. Dankeschön. Ja Kevin, in der letzten Saison warst du natürlich auch fleißig und hast fünf neue Spieler verpflichtet. Wie liebt denn die Integration von unseren Neuzugängen? Ja, ich denke, da muss ich zum einen erstmal den Fünf-Neuzugängen natürlich Kompliment machen, aber vor allen Dingen auch der Mannschaft. Ich denke, dass die fünf neuen, mit Tarek und mit Daniel sind es ja dann sieben, sehr gut aufgenommen worden sind. Ja, sind aber gute Charaktere, gute Handballer. Ich denke, die Integration ist deswegen so verlaufen, wie wir das wollen. Natürlich ist die deutsche Sprache, gerade bei Scheme und bei Kantar, jetzt noch nicht so da. Wir gehen jetzt in die Sprachschule, dann wird es auch besser. Aber wir können ja alle Englisch und die zwei auch, von daher haben sie sich charakterlich, aber vor allen Dingen auch sportlich gut eingefügt. Dankeschön. Ja Nico, der DVB Stuttgart hat auch einen relativ großen personellen Umbruch hinter sich. Sechs Neuzugänge haben Sie verpflichtet. Ist es für euch dann schwieriger, euch auf so eine Mannschaft vorzubereiten, weil ihr die vielleicht noch gar nicht alle kennt? Ja, also es ist tatsächlich so, dass viele neue Gesichter sind. Wir schauen ja zum Glück ab und an Video und werden deswegen da gut vorbereitet. Nee, also das ist tatsächlich jetzt wertvoll, weil da gerade auf den Rückraumpositionen, auf Mitte und Halblinks haben sie drei neue Spieler, die man auch aus der Bundesliga nicht kennt. Deswegen ist es schon gefährlich. Dazu dann noch mit Höfner und Weiß, so ein bisschen mehr eingespielte Rückraum. Also wir wissen schon, dass da harte Arbeit auf uns zukommt und dass es tatsächlich auch spannend wird, weil eben da viele neue Gesichter auftauchen werden bei Stuttgart. Dankeschön. Dann ist es jetzt Zeit für die Fragen der Presse. Das Mikrofon liegt hinter euch. Nico, machen wir doch gleich mal weiter. Für dich ist Stuttgart ja immer noch ein anderes Spiel als für Quentin oder Sieme. Ihr kennt euch noch aus Zweitliga-Zeiten, da waren es oft heiße Duelle. Hat es durch diese ganzen personellen Neuerungen auf beiden Zeiten einen anderen Charakter jetzt? Also wenn ich mich an das letzte Saisonspiel, letztes Jahr erinnere, wo es eigentlich um nichts mehr ging, dann war das ein sehr heißes Duell, glaube ich. Von dem her kann ich es mir nicht vorstellen. Klar sind da jetzt gut Schimmelbauer und Baumgärtner, glaube ich, auch Schweiger, dann Spieler weg, die da lang das Gesicht geprägt haben. Aber da sind schon auch noch genug an denen, was ich reiben kann, wo noch genug Rivalität besteht. Also ich kann mir nicht vorstellen, gerade mit dem Hintergrund, dass es das erste Saisonspiel ist. Ich glaube nicht, dass das irgendwie gemütlicher wird als sonst. Beziehungsweise bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass es nicht so sein wird. Also denke ich, die Antwort ist nein, wenn ich das letzte Spiel im Kopf habe mir jetzt, dass sie am Donnerstag. Niko, dein Trainer hat jetzt gerade schon das Wort Turnover, also quasi die Umstellung von Vorbereitung auf jetzt mit Wettkampfmodus extrem betont. Wie schwierig ist das denn eigentlich? Erzählt ihr uns ja immer, dass ihr jetzt alle super heiß seid, anzufangen. Also ist es wirklich so schwierig, jetzt umzustellen? Ja, wir haben das Wort auch schon ein paar Mal gehört, das letzte Frage im Training. Deswegen ist es dann schon nicht so leicht, nee. Also ich behaupte jetzt mal, dass es dann, sobald man da am Donnerstag in der Halle steht, überhaupt nicht schwierig ist. Natürlich ist es im Training jetzt, wie man so sagt, muss man sich ein bisschen umstellen, muss man sich so ein bisschen an die Härte gewöhnen. Klar, wir hatten jetzt schon die zwei Pokalspiele, aber es ist ja einfach grundsätzlich so, dass man in den ersten Spielen nie so wirklich weiß, wo man so richtig steht. Oder vor allem, wo die anderen stehen. Wenn man jetzt die ersten Spiele anguckt, das sind alles immer so ein bisschen komische Spielverläufe. Deswegen geht es eigentlich einfach darum, da am Donnerstag am Anfang hart zu Werke zu gehen und einfach so, nicht übermotiviert, aber schon sehr an der Grenze zu agieren, um einfach gut in die Saison und gut in das Spiel reinzukommen. Ich glaube und hoffe, dass wir dem sich alle schon bewusst sind und dass wir das am Donnerstag gut hinbekommen, aber es ist auch bei uns ein Thema auf jeden Fall die letzten Tage. bis zum nächsten Mal. !